Eine geheimnisvolle Legende um ein tapferes junges Mädchen namens Mulan hält ganz China in Atem. Mulan riskiert alles, um die Ehre ihrer Familie und ihr Land zu retten. Es müsste ein Wunder geschehen, damit die Armee mich aufnimmt. Hat hier jemand was von einem Wunder gesagt? Um mir zu helfen, haben mir meine Arme eine kleine Eidechse geschickt. Drache, nicht Eidechse. Wir machen nicht diesen Quatsch mit der Zunge. Ich hab eine Idee. Oh, wer bist du? Euer schlimmster Albtraum. Es kann losgehen, Baby! Walt Disney's Mulan